Wenn der Staat Alkohol und Tabak und Zucker besteuert und verkauft und andererseits eine harmlose Droge wie Marihuana, wo bis heute noch keiner dran gestorben ist, verteufelt und Leute ins Gefängnis sperrt, so haben wir dann irgendwann gesagt, jeder Mensch hat das Recht auf Rausch und er kann sich mit den Drogen berauschen, die ihm persönlich zusagen.